Infizierte müssen nach den neuen Regeln für zehn Tage in Isolation. Sie haben die Möglichkeit, sich nach sieben Tagen freitesten zu lassen, wenn sie mindestens 48 Stunden symptomfrei gewesen sind. Für Kontaktpersonen, die mit Infizierten zusammenleben, gelten die gleichen Regeln wie für Kontaktpersonen, die nicht mit Infizierten zusammenleben. Sie müssen zehn Tage in Quarantäne und können sich auch nach sieben Tagen freitesten lassen, sofern sie keine Symptome entwickelt haben, denn dann würde man einen PCR-Test empfehlen und eine weitere Abklärung. Ansonsten gilt PCR und Antigen-Schnelltest zum Freitesten. Personen, die nicht in Quarantäne müssen, sind Geboosterte, also die Personen, die eine sogenannte Auffrischimpfung erhalten haben. Das gilt ab sofort, nachdem die Auffrischimpfungen gegeben wurden. Die Omikron-Variante zeichnet sich dadurch aus, dass sie besonders infektiös ist. Das heißt, es werden mehr Leute angesteckt, als das bei den früheren Varianten auch bei Delta der Fall war, was dazu führt, dass die Infektionszahlen eben sehr, sehr viel schneller hochsteigen und wir genau das haben, was wir jetzt haben. Damit wir irgendwann wieder normal erleben können, ist eine sehr hohe Impfquote erforderlich. Die haben wir bisher noch nicht und es zeigt sich eben auch, dass Omikron gerade bei den früher Grundimmunisierten, also den zweifach Geimpften sich durchsetzt, also dort trotzdem infiziert. Deswegen Boostern, also eine dritte Impfung, eine Auffrischimpfung machen und das mit den gebotenen Abständen. Dann hat man eine gute Chance, sich nicht zu infizieren, aber vor allen Dingen auch keine schweren Verläufe zu erleiden. Das Virus verändert sich so oder so auf natürliche Weise. Das Impfen trägt dazu nicht bei. Im Gegenteil ist das Impfen eine Möglichkeit, die Verbreitung des Virus zu verhindern und damit unter Umständen auch das Entstehen, weitere Varianten zu vermeiden. Ich weiß, dass viele Eltern sich schwer damit tun, eine Impfung zu machen. Was die ältere Gruppe angeht, der ja ab 12-Jährigen, so gibt es jetzt eine STIKO-Empfehlung seit der letzten Woche, die das auch klar empfiehlt. Für die 5- bis 11-Jährigen gibt es eine Teil-Empfehlung, eben für bestimmte Erkrankungen, aber auch auf besonderen Wunsch der Eltern. Das ist eine Entscheidung, die jedes Elternteil selber treffen muss. Grundsätzlich raten wir zur Impfung, denn auch kleine Kinder können mal schwere Verläufe erleben. Und zum anderen ist es das Risiko, dass sie bei den sehr, sehr hohen Inzidenzen dieser Altersgruppe Einträge in die Familie, bei den Großeltern etc. machen, sodass da Erkrankungen innerhalb des Familiensystems entstehen können. Kinder können in Duisburg bei ihren Ärzten geimpft werden, also bei den Kinderärzten. Die führen Impfungen durch und sie können am Bahnhof im Impfzentrum geimpft werden. Da gibt es ein extra Kinderimpfzelt, wo auf die besonderen Bedürfnisse Rücksicht genommen wird. Und dort finden Impfungen sieben Tage die Woche statt. Wir vertreten die Meinung, dass jeder, der dort hinkommt, auch geimpft werden kann. Bisher haben wir keine Probleme mit der Menge des Impfstoffs gehabt, sodass wir das erst mal weiter fortsetzen werden. Nach derzeitigem Stand nein, es gibt keine Empfehlungen dafür. Das wird sicherlich weiter wissenschaftlich untersucht werden. Im Moment gilt für 5- bis 11-Jährige, außer unter ganz besonderen Bedingungen und besonderen Erkrankungsformen, gibt es keine Booster-Impfungen. Weiter schnell noch darüber nachzumachen. Alberto Kieler Immer auf der minimizing Days die tengahre, geschreien eini, Immer mit H wz apenas Jessen habe, das ist wür gang, Untertitelung des ZDF, 2020